damit halli hallo und herzlich willkommen hier beim steam deck checker ich bin stabil begrüßt euch und freue mich dass du wieder einschalt ist sondern weiteren gameplay video hier rund um dead island ja es gab mal ein spiel glaube das kam nach riptide raus allerdings auch nur digital ich glaube nicht dass davon eine physische version gibt escape dead island ja sonst muss man nicht mehr dazu sagen dead island halt mit einer besonderheit und zwar wir haben ja sonst immer aus aus der ich perspektive gespielt in escape dead island im spielen wir meiner meiner nachher in der third person und das finde ich eigentlich ziemlich genial gucken uns das ganze mal an ist auch ein kleiner titel kostet auch nicht allzu viele euros ja ich weiß aber nicht ob er das ganze hat da bist du war einfach mal bei steam damals ein bisschen reinlinsen sie schauen mal ganz kurz in die option damit ihr sehen könnt ja 1280 bis 720 vollbild grafikqualität ist auf hoch mehr braucht man nicht wissen 60 fps laufen und dementsprechend habe ich ja auch schon mal so ein bisschen reingespielt film ab und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achso, ich vergaß. Wir haben einen Comic-Look. Oh, nice. Wir sollen mit Linda sprechen. Ja, da machen wir das mal. Hey! Kyle! Das ist dein Tag? Shut up. Du bist ein Douch. Sie teachen dir diese Worte in deinem Schuhen? Ich weiß, du hast meine Noten. Jetzt gib es. Die Douch abhiert. So sehr hilfreich. So, ich finde Linda. Wie ihr seht, das ist halt... Ich glaube nicht, dass du das nicht hörst. Natürlich nicht. Day 1. Das ist verrückt. Ich habe über Benoit und die Zahlen von ZDF, wenn du es glaubst. Auf den Robo-Wave-Forums. Aber ich habe nie gedacht, dass ich eigentlich in der Mitte dieser Geschichte bin. Cliff's Vater wird so verraten, dass wir ihn verraten haben. Aber ich glaube, Cliff ist ein bisschen auf das Geld. Und wenn wir diese Geschichte haben, dann wird alles verraten. At least, ich hoffe so. Weil es würde so sein, wenn mein Vater auf die Karriere aufbaut hat, bevor es angefangen hat. Danke, Kind Sir. Komm Game Time, ich möchte, dass du diese Sache benutzt hast, profusisch, und, äh, einfach mit allen. Nein, ich bin ein Ninja mit diesem Ding. Die Ninja, die Skipper und die Douch. Sälen die Highseas für Revenge und Respekt. Oh, shut up. Es ist schallend wie ich es sehe. Ich gehe in die Inden, um ein paar Nöten zu filmen. Too viel Hintergrund noise hier. Was? Ja. Nimm die Kamera. Spielt auf jeden Fall nach den Ereignissen von Dead Island 1. Mach ein Foto von Linda. Außer Reichweite. Warten rum. Ich bin der Kamera. Ich bin der Kamera. Ich bin der Kamera. Leute! Ich bin der Lied. Keep on douching in the free world. Du magst es. Das ist es? Ich dachte, wir würden ein paar Aten. Anfernen Sie sich nicht auf jeden Fall schreiten. Warum ist niemand auf uns zu schreiten? Das ist, weil wir nicht zu Bonnoyen kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war Kapitel 1 Ich mag den Grafikstil Der ist voll hübsch So, jetzt sollen wir mit Linda sprechen Oops Geopharm Und hier ist es Proof, dass Geopharm eine Presse auf Narapela Ich muss es dir geben, Cliff Du hast es geschafft Wie wusste du, Geopharm wäre hier? Steig mit mir, Kind Du wirst ein paar Dinge lernen Someone wrote Help Think they evacuated this container From Benoy? Maybe whatever happened there Happened here Fingers crossed Look at this place Take some pictures, Cliff Geo-Farm, ein Weg, um dein secretes Land unter Wrappern zu halten. Wir können da hinten schneller ran. Ah doch, das will ich mir gedrückt halten. Mh, unsere Eichweite. Okay, das können wir jetzt aktuell nicht kaputt machen. Da war ja noch... Ich hab das damals auf der Playstation 3 gespielt, wo das rauskam. Weil ich damals schon, ja schon sehr gerne Dead 1 gespielt habe. Oh, komm mal hier nicht mehr so schnell laufen. Oh, was bist du denn? Ja, vorne als Kampftasche. Okay. Ah, da können wir da bestimmt hier irgendwas fotografieren. Außer Reichweite. Zeige Linda die Fotos. Ja. 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 Ja, das ist eine gute Strandbar. Das ist eine gute Strandbar. Das ist eine guterible Das ist eine gute Dasein. Die Boot! Leute, die Boot! Die Boot! Die Boot! Die Boot! Was passiert? Das Boot ist sinkend! Cliff! Es ist schneller zu schwimmen! Du bist verrückt? Was ist das? so geht es los Oh Fuck. Hm? Wo soll ich gleich? Wie soll ich noch? Das ist Galix. hier ist nix nix gar nix ja was müssen wir hier richtig hier 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 Okay. Dann muss ich da hinten runter. Wahrscheinlich, ne? Wo muss es ja jetzt hier weitergehen? Eine Postkarte. Aber ich glaube, das Spiel wird genauso blutig wie die anderen Spiele. Leider haben wir noch die Kampfausrüstung. Sparen wir uns jetzt mal. Ja. Was ist das? Oh, my father Oh, my God Oh, my God Wenn du dein Feind bist, okay Hinter dem Feind Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Dieses Spiel 13 testen Also, das hat ja auch Dieses Comic-Look Also, ich mag den Look hier Der ist Der sieht ziemlich nett aus Was ist das unsere Schuld? Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser? Vielen Dank. Vielen Dank. Will ich nochmal was nochmal nehmen? Will ich nochmal was machen? Ich finde es gerade ziemlich spannend sogar. Ich habe das damals auf der Playstation 3 gespielt. Weißt du, dass es nachher irgendwann mal richtig schwer wurde, das Spiel? Ähm, was jetzt schwer ist, wurde unfair. Ähm, aber vielleicht, äh, das wäre so ein Kandidat, den ich wahrscheinlich wieder drauflassen würde. Um das Tatsache denn nochmal zu spielen. Ich hätte mich damals noch einfach nur zu blöd angestellt. Alles ist möglich, ne? Alles ist möglich. Aber ihr seht, ne, das ist mal eine andere Art Dead Island zu erleben, zu spielen. Also ihr schleicht hier nicht nur, ne? Ja, das ist halt. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Nimm die Waffe. Ich habe die Waffe vergessen. Das kann ja sein. Auch mal eine interessante Methode, um Dead Island so zu spielen. Oh Mann, komm, nun dreh dich doch um. Auua. Okay. so ich würde sagen hiermit belassen was escape dead island so heißer titel falls euch das ganze gefallen hat könnte er gerne mal selber mal reinschnuppern ja und ja vielleicht wie gesagt auch hier jedenfalls ein titel wo man es wirklich sagen kann vielleicht verkürzt euch das ja die 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 ganze wartezeit jetzt auf dead island 2 ich freue mich natürlich ziemlich drauf ja auf dead island das wird auf jeden fall großartig freue ich mich drauf das ganze auch wieder zusammen zu spielen natürlich mit kumpels ja wir werden das ganze natürlich auf twitch spielen einfach mal vorbei linsen wenn ihr bock habt und sonst schaut euch die spiele doch mal selbst an hier dead island dead island weptide und es gibt dead island falls euch das ganze gefällt wie gesagt alle spiele sind nicht teuer die kriegte für ein paar euros hinterher geschmissen auf jeden fall spätestens wenn irgendein sale ist mal wieder dann könnt ihr die ganzen dinge ganz günstig kaufen und sonst ja freue ich mich natürlich dass wir das ganze jetzt zu uns mal angeguckt haben ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja lasst mir ein like da schreibt doch gerne in die kommentare und sonst leute ich würde sagen wir sehen uns wieder beim nächsten mal von daher danke fürs zuschauen ciao tschüss und bis bis zum nächsten mal